So machen Sie Bilder in PowerPoint transparent. Öffnen Sie PowerPoint und wählen Sie die Folie aus, auf der Sie das transparente Bild einfügen möchten. Klicken Sie dann oben auf die Registerkarte Einfügen und wählen Sie die Formen aus. Entscheiden Sie sich für eine Form und fügen Sie diese mit gedrückter linker Maustaste auf Ihrer Folie ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form und wählen Sie Form formatieren aus. Es öffnet sich rechts ein neues Menü, in dem Sie unter Füllung auf den Punkt Bild oder Textfüllung klicken. Gehen Sie dann bei Bild einfügen aus auf Datei. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach dem Bild, das Sie einfügen möchten und klicken Sie auf Öffnen. Das Bild wird nun in die Form eingefügt. Sie können mit dem Regler neben Transparenz rechts im Menü die Stärke des Effekts anpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.